Willkommen meine kleinen Lego-Freunde, hier ist wieder der Basti von Gamers Ultra TV. Wir machen weiter bei Lego Worlds. So, wir haben hier unsere kleine Cowboy-Frau. Ja, was ist, bist du aggressiv? Was ist los mit dir? So, und wir versuchen mal noch ein bisschen zu entdecken. Ihr könnt mir ja mal schreiben, was ihr so sehen wollt. Wollt ihr lieber, dass ich irgendeinen Scheiß baue? Irgendwie, keine Ahnung, einen X-Wing oder so, was ich niemals hinbekommen werde. Aber davon mal abgesehen. Ob ich hier irgendwas hinbauen soll und was vielleicht. Oder ob ich weiter die Welt entdecken soll. Was mir zur Zeit natürlich mehr Spaß machen würde. So, von daher mache ich das auch erstmal. So. Denn ich habe gesehen, dass man irgendwie auch Drachen finden kann. Und auf Drachen fliegen kann. Also ich hoffe, dass es schon drin ist. Also ich habe auch so ein Bild mal gesehen. Das wäre richtig nice. Oh, was war das? Wie eine Pflanze. So. Ich glaube, ich schnapp mir mal so ein Pferd. Komm her, Pferdi. So, ich spiele jetzt mit der Xbox-Controller. Wie mache ich das jetzt zu? Geh weg. Ja, mit Xbox-Controller. Aber ich denke, das ist viel besser. Und ja, bis jetzt ist es auch das. So, mal durchs Meer schwimmen. Mit unserem Super-Pferd. Ich habe auch gehört, hier sollen Unterwasser-Welden dazukommen. Das wäre ja richtig geil. Ich habe früher als Kind diese Unterwasser-Station geliebt. Ich hatte sie selber. Ich glaube, sogar zwei Teile davon. Das war das Beste. Ich habe mich so gefreut. Oh, die Sonne geht auf. Hallo, hallo, Herr Sonne. Wie geht es dir? Was ist? Ähm, okay. Habe ich jetzt die Sonne bekommen, oder was? Hm, komisch. Oh, was ist das? Oh, fuck, Leute. Seht ihr das? Ja, wie kann ich absteigen? So. So, hier haben wir ein weißes Pferdchen. Hallo, Pferdchen. So, wir steigen mal drauf, dass wir das weiße Pferd auch besitzen. Zack. Juhau. Schucki, schucki, schucki. Miau. Hey, Strauß. Strauß, komm her. Straussi-Boy. Und hau... Yeah. So, aber den Strauß möchte ich gar nicht haben. Also, gut, dass wir ihn jetzt besitzen. Ich möchte nämlich aufs Motorrad. Yeah, Baby. Ab geht die Post. Rum. Geile Scheiße. So, die Kisten hier sind in der Münze drin. Von daher brauchen wir erstmal nicht. Das läuft darum. Pferdchen, geh mal weg. Was bist du? Ein Schwein. Hallo, Schwein. Hallo, ich bin ein Schwein. Ein Schwein. Vorwärts. So, ich könnte jetzt auch aufs Schwein gehen, aber ich möchte noch ein wenig Motorrad fahren. Motocross. Ja, komm. Zack. Na komm. Also, hier ist echt schon übelst viel drin. Und ich denke mal, irgendwann kommt dann auch hier noch Star Wars Figuren. Oh nein, jetzt hänge ich fest. Ich mein, Lego Star Wars gibt es ja, was gibt es noch? Ach, allgemein viel von Marvel. Gibt es auch noch. Wenn das alles hier reinkommt. Hm, schade. Das wäre richtig fett. Was halt noch ein bisschen schade ist, ist, dass es noch keine, ähm, ja, kein Stang, es gibt keine Missionen. Was bist du? Ein Schaf? Na gut, dann reiten wir erstmal auf dem Schaf. Hallo, hallo, hallo. Toll, das Schaf hängt auch fest. Ähm, hallo. Ich hänge fest, ich hänge fest. Schaf, was hast du mit mir gemacht? Okay, ähm, ja. Pferdchen, hallo. Ähm, was wollte ich sagen? Ja, hier gibt es halt kein Survival an sich. Ähm, es gibt keine Missionen. Ist halt einfach jetzt nur, hier so die ganzen Gegenstände einsammeln. Und man kann halt Zeug bauen, wenn man Lust drauf hat. Mehr gibt es erstmal nicht. Von wo bin ich denn jetzt gekommen? Dass ich, dass ich jetzt wieder die Richtung zurücklaufe, wo ich hergekommen bin. Aber soll ja auf jeden Fall Multiplayer kommen. Und die werden sicherlich irgendwas einbauen. Entweder halt wie in den anderen Lego-Spielen, so Missionen, dass man irgendwas machen muss. Vielleicht auch so mehrere Gebiete, dass man so in so eine Star-Wars-Welt kommt und da halt Star-Wars-Missionen machen kann oder so. Oder Herr der Ringe, keine Ahnung. So mehrere Lego-Spiele vor allem. Wer weiß, was alles dazukommen wird. Ja, auf jeden Fall richtig geil. Oder sie machen sowas wie, ja, so Minecraft-mäßig. Dass man eben Survival, dass man halt Essen suchen muss und gegen Zombies kämpfen muss oder irgendetwas. Ja, auf jeden Fall richtig gut. Vielleicht auch so ein kleines MMO mit drin. Wer weiß. Man kann gespannt sein. Das Spiel soll Anfang 2016 rauskommen, offiziell. Aber ich denke mal, das werden die auch noch verschieben. So, je nachdem, wie das jetzt ankommt. Oh, was sehe ich denn? Oh, mein Bagger ist wieder hier. Was steht denn noch rum? Was ist denn das alles? Das ist aber ein Mini-Bagger. War der auch so klein? Der Bagger in der ersten Folge. Egal, wir fahren erstmal damit hin. Wir graben am besten erstmal nicht hier rum. Ich möchte erstmal die Oberfläche erkunden. Oh, das Ding ist langsam. Langsam! Eine Höhenfrau. Nee, oder? Was bist du? Hi. Bist du, was bist du? Eine Piraten-Chica. Grüß dich, kleines. Du stirbst. Ich bin die einzige Frau hier. Drüben habe ich auch noch was gesehen. Hier ist doch eine Höhenfrau. Hallo, Höhenfrau. Höhenfrau, hallo. Uga, uga. Komm, du stirbst auch. Komm her. Komm her. Höhenfrau. Dann verpässt du dich doch. Angsthase. So, wir brauchen ein neues Gefährt. Oder Getier. Ziege, dich hatten wir auch schon. Oh, wie wir dich hatten, Ziege. Überall Ziegen. Ich möchte keine Ziegen. Ein Kamele. Kamele. Hallo. Kamele. Hallo. Yeah. Wie geht die denn ab auf dem Kamele? Als wärst du verrückt. Ich dreh durch. Eine Dampfwalze. Oh. Okay. Kamele, sorry. Aber wir müssen alles ausprobieren. Ja. Jetzt geht's ab. Frauen und Dampfwalzen. Ich glaube, das geht nicht gut aus. Hey, die Dampfwalze kann Wege machen. Ist ja geil. Kann man sich echt noch richtig... Wer bist du? Hi. Ach, dich hatten wir ja schon. Hallo. Ich bin die einzige Frau auf dieser Insel. Ich... Oh, seht ihr das? Leute. Leute, seht ihr das? Ein Flugzeug. Ein Flugzeug. Endlich. Endlich. Oder ein Helikopter. So, wie kommen wir jetzt hier hoch? Los, Kletter. Okay. Das wird nicht so einfach. Huh. Wow. Okay, okay. Anheben. A. Absenken. B. Äh. Wie geil ist das denn? So. Hier gibt es irgendwo eine Lava-Welt. Da möchte ich hin. Da will ich auf jeden Fall hin. Also, ich freue mich so tierisch drauf, erstmal hier was wegmachen. Äh, wenn es hier ein Multiplayer gibt. Wo man sich halt irgendwas zusammenbauen kann. Und dann halt so... Ach, Missionen wären halt auch geil. Da einsam, wenn es da mal echt so X-Rings gibt oder TIE-Fighter. Oh. Da habe ich so Bock drauf. Wo können wir mit dem Ding tauchen? Nee, geht nicht. Es gibt auf jeden Fall auch Pyramiden. Ich möchte eine Pyramide finden. Wie kann man da irgendwie reingehen? Ah, die Insel... Die kenne ich doch. Ja, und zur Zeit scheint es halt zu sein, dass hier... ...die ganze Welt aus Inseln besteht. Okay, was ist jetzt? Sterne? Okay. Mal schauen, wie weit hoch wir fliegen können. Wolken? Hallo? Über den Wolken. Nein, unter den Wolken. Über den Wolken. Ei, ei, ei. Fliegt das Lego-Girl? Das wäre ja noch geil, wenn man auf andere Planeten könnte. Ähm, fliege ich jetzt immer noch nach oben? Scheint so, oder? Schaut euch diesen schönen Sternenhimmel an. Ach, ist der nicht schön. Okay. Ich glaube, da kommt nichts mehr. Fliegen wir mal lieber runter. Schneller! Sturzflug! Dö, 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 dö. Dö, 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 dö. Gott. Wie weit sind wir hochgeflogen? Hallo? Okay. Ah, kommen wir zum Wolken. Oh, auf so eine Wolke mal so eine Baseball und das wäre doch geil. Ein Wolkenschloss. Das ist echt sehr viel Wasser. Ja, man kann echt gespannt sein, was hier noch alles dazu kommen wird. Ich freue mich auf jeden Fall tierisch. Und wer hat früher nicht gern mit Lego gespielt? Hätte ich dieses Spiel jetzt gehabt damals, so als 5-Jähriger oder 8-Jähriger, alter, ich wäre so ausgeflippt. Endlich macht niemand meine Lego-Gebäude kaputt und so. Mal schauen. Also wenn es da mit dem Multiplayer losgeht, wird es dann sicherlich so sein, dass dann auch andere Leute auf den Server kommen und dann die ganzen Gebäude zerstören werden. Okay, irgendwie kommt gerade hier nichts mehr, ha? Keine Inseln mehr. Das wäre aber jetzt schon etwas doof. Hallo? Auf diesem Meer, da diese komischen Kreise, sieht echt komisch aus. Gibt es hier vielleicht auch Aliens? Hier, jetzt kommt was. Gibt es sicherlich Aliens und irgendwo in der Luft ist sicherlich ein Ufo oder so. Was ist das für eine Insel? Oh, diese Insel gefällt mir. Oh, die gefällt mir, die Insel. Sieht aus wie ein Vulkan. Also so ein erloschener Vulkan. Boah, ist das nicht geil hier? So, ich baue mal kurz was. Man kann ja hier irgendwie... Komm raus. Hallo? Oka-Oka-Oka-Frau. Man kann ja hier... So, wie komme ich jetzt da oben rein? So. Hier haben wir Steine. Hier haben wir... Man kann ja hier so ein Set. Hier gibt es ein Set. So. Wie komme ich jetzt da runter? Was haben wir denn hier noch alles? Okay. Hier haben wir unsere Tiere. Fahrzeuge. Hier sind noch ein paar Sets. Okay, hier komme ich runter. So, wie komme ich nicht hier runter? Okay, dann bauen wir halt hier irgendwas. So, was haben wir denn hier Schönes? Ein Häuschen. Ich möchte ein Schloss haben. Hier ist eine Burg. Ein Schloss. Hier. Oh Gott. Jo, komm, hier bauen wir das hin. Wow. Okay. Das ist ja... Ähm, ja. Also hätte ich als Kind so eine Kanone gehabt, das wäre ja cool gewesen. Boah, was für eine Arbeit das wäre, das alles selber zu bauen. Ich meine, das ist ja nicht wie bei Minecraft. Es ist einfach so Block dahin, wo man lustig ist. Da muss man ja richtig Steine aufeinander... Also, so diese... Ich weiß jetzt nicht, wie ich das erklären soll. Aber jeder, der Lego gespielt hat, weiß ja, was ich meine. Sicherlich. Schloss auf Schloss? Geht das? Ernsthaft? Ich kann jetzt ein Schloss auf ein Schloss bauen? Oder wo baust du das hin? Die baut echt jetzt noch ein Schloss drauf? Okay. Warte mal. Was machst du? Was machst du? Ähm. Oder ist das jetzt eine Erweiterung für das Schloss? Was macht sie? Hey, du baust das Skelett mit ein. Ach, sie baut eine Landschaft darunter. Okay. Das ist ja verrückt. Mann, ist dauerhaft. Und... 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 Fertig. Jetzt. Okay. Ah, wir fallen! Nice. Swiss. Was ist das? Schauen wir erstmal hier rein. Hier unser Schloss. Schick. Okay. Nach oben gehen. Hi, Skelett. Stirb. Ihr wollt euch mit mir anlegen. Okay, die spawnen immer wieder neu. Dann lasst uns mal runtergehen. Zack. Oh, oh, eine große... Oh, als hätte ich es... Was bekommen wir? Was bekommen wir? Hm, toll. Fernglas. Ist auch krass, dass diese Cowboy-Alte das Pferd rufen kann. Ähm, ich möchte aber mein Helikopter-Flugzeug zurück. Tschüss. So, unser Schloss haben wir jetzt gebaut. Man kann natürlich auch mit einzelnen Steinen halt so Zeug zusammenbauen. Das geht alles. Ich möchte jetzt aber mal bitte diese Vulkan-Inseln erreichen. Dinosaurier wären auch geil. Ach, das Spiel ist schon cool. Es hält aber zur Zeit nur so entdecken und ja. Bisschen entdecken, erforschen, sich über kleine Sachen freuen. Dafür macht es echt die Sache ziemlich gut. Und für eine Early Access Alpha ist das echt mega geil. Ist hier irgendwas cooles rum? Kamel. Eine Kamelinsel. Uh, Riesenbäume. Was ist jetzt? Sonne geht unter, okay. Was ist das da? Man kann da reingehen. Ein Vampir. Hallo, Vampir. Er hat eine Hügel. Hallo. Ich muss dich töten, damit ich dich besitzen kann. Yes. Wir haben wieder den Vampir. Ich möchte ihn gleich nehmen. Vampir. Hier haben wir dich. Yeah. Gegenstände. Fernklau. Das brauchen wir nicht. Wir nehmen aber unser Schwert hier. Ich bin ein Vampir. Stirb, anderer Vampir. Zack, 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 zack. Komm, stirb. Krass. Krass. Oh, die Insel ist echt düster. Wow. Wie krass. Wir können uns in eine Fledermaus verwandeln. Ey, Leute. Wie geil ist das? Ist das nicht fett, man? Und zack, zack, sind wir wieder ein Legomännchen. Hey, hallo. Zurück verwandeln. Da. Und die haben wir ein Schlauchboot. So, dann düsen wir mal auf die andere Insel drüben. Da drüben. Oh, das sieht vielversprechend aus da drüben. Oh, ist das ein Truhen? Nee. Hä? Was ist denn das? Ja, ein neues Biom. Das ist nicht wahr. Ein Zauber, ein U-Boot, ein, ein, ein. Ein kleines U-Boot. Können wir jetzt irgendwie abzaubern? Irgendwie nicht. Egal. Ich möchte eh jetzt lieber diese Insel entdecken mit unserer kleinen Fliedermaus. Yay. Fliedermaus fliegt. Wow, was ist das? Das ist ja wie... Sieht aus wie auf dem Mond. Das ist... Eisbär. Hallo Eisbär, können wir dich reiten? Yeah, geil. Danke Eisbär. Oh, hier haben wir noch ein Flugzeug. Also man entdeckt hier echt ständig was. Das ist so geil. Brumm. Oh, ein Iglo. Sorry Flugzeug, wir müssen erstmal hier rein. Denn hier ist eine Kiste. Ich sehe hier aber nicht, was wir rausbekommen. Ich sehe nichts. Okay, eine Fleischkeule. Oh, das ist jetzt... Oh, das ist jetzt wirklich eine... Ey, nein, die möchten wir gar nicht. Gegenstände. Ja, eine Keule. Ich möchte jetzt aber wieder meinen... Wir nehmen ja den jetzt... Können wir noch... Wir nehmen die Amazone, komm. Ich bin eine wütende Amazone. So, Flugzeug. Da ist noch ein Flugzeug. Hier ist noch ein Pinguin. Eine Pinguin-Start-Tour... Oh, okay. Nee, das war ein Motor oder so. Oh, es leckt leicht. Oh, ich muss mir echt... Ich möchte hier nichts verpassen. Windräder. Zack. Nehmen wir alles mit. Denn alles, was wir berühren, können wir dann später nachbauen. Bist du hier unten im Skelett oder was bist du? Yeti! Wir haben einen Yeti gefunden! Warte mal, das war da auch irgendwas. Nee. Nee, das war wieder ein Eisbär. Hallo, Eisbär. So. Aber echt sehr schön alles hier. Die ganzen Gebiete gefallen mir. Oh, ich möchte endlich meinen Drachen haben und auf den Drachen reiten. Das wäre so super. Auf Entdeckungstour mit Basti. Wieder ein neues Biom oder... Ja, scheint so. So, was können wir hier entdecken? Springende Pferde. Warte, ich war hier doch schon. Mal. Was ist das denn? Was ist das hier unten? Lava. Ist hier sicherlich irgendwo... Der Drache. Komm. Hier ist ein... Hallo, Zauberer. Hallo, Herr Zauberer. Muss ich dich töten? Komm, Amazon-Power. Yeah. Neeein. Okay. Wir dürfen die Lava nicht berühren. Böser Zauberer. Dann gehen wir zurück ins Flugzeug. Und fliegen einfach drü... So, wartet mal. Was ist das hier? Ein Zauber-Schloss mit einer Truhe. Zack. Und was bekommen wir? Das ist wie... Wie so ein Ü-Ei. Eine Pistole. Ich freue mich jedes Mal, wenn wir irgendwie was aus einer Kiste bekommen. So. Amatone mit Pistole. So, wie kann ich schießen, Controller? Bäm, bäm. So, ich habe hier doch irgendwo noch was gesehen. Hier, ein Buggy. Hey, Freund. Oh, jetzt düsen wir rum. Wollen wir ein Flugzeug waschen? Wie schlecht. Ja, ich gehe mal zu meinem Flugzeug zurück. Das ist die sichere Variante, hier rumzureißen. Oh Gott, das Ding geht ab. Oh, habe ich jetzt geparkt? Hier. Und abspringen. Zack. Und Flugzeug. Ich schaue jetzt nochmal hier zu der Lava. Klein, zu der kleinen Lava-Welt. Ist hier irgendwo ein Drache? Hallo? Hallo, Herr Drache? Sind Sie hier irgendwo? Herr Drache, hallo? 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 Wie ist der Drache? Hm, keiner zu Hause. Schade eigentlich. Hätte ich mir sehr gewünscht. Naja, schauen wir mal hier drüben. Oder sind wir von hier gekommen? Ach, ich weiß gar nichts mehr. Hier ist noch ein kleines Schloss. Mit Ruhe? Ja, auch mit Ruhe. Zack. Oh, als hätte ich es können. Also klar, ich kann es. Ich bin der Lego-Meister. Ein Fisch? Ähm, okay. Ja. Das ist eine Kuh. Die möchte ich noch nicht haben. Dieser Berg sieht aber echt komisch aus. Hier ist wieder diese Schneewelt. Ah, ich habe das Gefühl, ich komme dem Drachen immer näher. Oh, Leck, Leck. Monster, Leck. Hallo, wer bist du? Hallo. Tschüssi. Achso, ich habe die angeschossen. Wo ist jetzt die Pyramide hier? Da drüben ist noch ein Typ. Ich schieße ihn nicht mehr alle an. Oh, Bobby. Bob, der Baumeister. Schade. Ich wollte ihn eigentlich haben. Aber er möchte nicht. Okay, in die Pyramide kann man schon mal nicht rein. Äh. Kann man auch nicht rein. Seht ihr das? Da oben, dieser... Oh Gott, wo ist mein Flugzeug? Wo ist mein Flugzeug? Da ist ein totes Stern oder ein Mond? Keine Ahnung. Okay, Leute. In der nächsten Folge seht ihr, wie ich zum Mond fliege. Tschüss. Hey, ich dachte. Und wenn du aus.